Guten Tag. Einmal nochmal, bitte. Danke. Hallo. Guten Tag. Schön gut, guten Tag. Eine Kurzstrecke. Hallo. Es ist viel zu kalt hier drin. Ein Fahrschein, bitte. Einmal normal. Danke. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Einen Fahrschein, bitte. Hallo. Nachdem sollten wir aber mal einen Trikett geben. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein, bitte. Dankeschön, Mama. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Danke. Oh Gott, das ist kalt. Bitte. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Nachbar ist die Warszawisch-Koła. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte gerne einmal Schüler. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte gerne einmal Schüler. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte gerne einmal Schüler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte gerne einmal Schüler. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo? Eine Fahrtarte bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja ganz schlecht. 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 Das ist ja ganz schlecht.